Mit dem kostenlosen CCleaner sorgt man für Ordnung auf dem Windows-PC. Das Programm entsorgt überflüssige Daten und entschlagt die Registrierdatenbank, auch Registry genannt. Die beiden Hauptfunktionen des CCleaners sind die Reinigungsfunktion für überflüssige Daten und der Registry Cleaner. Mit der Reinigungsfunktion entfernt man nicht mehr benötigte Daten. Auf Wunsch legt man fest, welche Daten in Windows oder in bestimmten Programmen nicht angetastet werden sollen. Nach einem Klick auf Starte CCleaner putzt das Programm den Datenmüll vom System. Der Registry Cleaner behebt Fehler und befreit die Registrierdatenbank von ungültigen Einträgen. Auch hier nimmt man bei Bedarf einzelne Daten vom Reinigungsvorgang aus. Die Putzaktion startet man per Klick auf die Schaltfläche Fehler beheben. Weitere Funktionen des CCleaners findet man unter Extras. Dort lassen sich Programme deinstallieren sowie Autostarteinträge und Systemwiederherstellungspunkte verwalten.